Samstag, der 28. März 2020. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Zielen der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Schönen guten Abend und willkommen an diesem Samstag zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Er ist wieder zweistellig, unser Jackpot. 12 Millionen Euro gilt es heute zu verteilen. Vielleicht an einen oder vielleicht auch mehrere glückliche neue Gewinner und damit auch Besitzer. Gucken wir mal. Jetzt fangen wir erstmal mit der Ziehung an. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Wir legen los. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Ja, 12 Millionen Euro im Jackpot. Das ist natürlich auch, dass wir in der Zwischenzeit auch kein Spiel, der den Super-Sex auch den Schönen hatte. Heute also eine neue Chance für alle, mit dem Super-Sexler alles abzuholen. Dazu braucht es der erste und auch der vorliegenden Zahn. Gucken wir mal, der erste schon dabei ist, die 46. Ein Spiel aus Hessen, der konnte am vergangenen Mittwoch schon mal Jungen winnen. Er war nicht der einzige, der die guten Sachs richten, in der Nürnberg-Sichtler. Und dafür gab es 765.000 Euro. Glückwunsch. Weiter geht's mit der 36. Und es gibt sogar einen neuen Milliläeren. Die nächste ist die 4. Und für 200.000 Euro begegnen wir noch ein Spender aus dem Euro. Das war der einzige, der bei der anderen Sieger ist, wo es noch eine gewählteweise versetzt zu gestatten. Da müssen wir immer noch an die 6 zu verpassen. Vielleicht ist es ja heute bei Ihnen besser. Nächste Lortezahl. Die 39. 12 Millionen Euro, die uns heute verlassen, wo wir ja vielleicht auch nicht die erste schon verschlagen. Endlich mal wieder ein bisschen an. Die große. Denn wir haben es ja Anfang Januar mit mehr als 30 Millionen Euro. Vorletzte Lottozahl, die 28. Und jetzt mit einer. Das ist jetzt ein bisschen zuerst. Und die Lottozahl ist die 2. Und die Lottozahl ist der Zahler-Näkern. Und die 1. 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 Und die 2. Das sind sie also die 6. Glückskugeln am heutigen Samstag. Die besten Falle natürlich mit ihren Kreuzchen übereinstimmen. In diesem Moment. Sollte das jetzt der Fall sein. Dann wird es jetzt, wie gesagt, nochmal besonders spannend. Denn dann geht es jetzt für Sie um 12 Millionen Euro. Ich drücke nochmals die Daumen. Viel Glück. Insgesamt haben wir 32,4 Millionen Euro. Und das sind die 1,5 Millionen Euro für die 6 Richtigen von Ihnen. Also diese Superzahlen. Die 7. Und jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen vom heutigen Samstag in unserer Übersicht an. Hier sind sie, die Lottozahlen in richtiger Einfolge. 2,4. 28, 36, 39, 46 und die Superzahl 7. Weiter geht es jetzt mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits im Vorfeld zur Leipzigung ermittelt. Im Spiel 77 gewinnt heute. 3,1, 1,6, 4,7,1. Und auf die Gewinnzahl der Lotto-Super-6. Da gewinnt 9,9, 8,0, 8,0. Ja, das war es schon wieder. Das war Lotto am Samstag. Alle Gewinnzahlen finden Sie wie immer nochmals auf lotto.de. Und da können Sie natürlich auch die Sendung nochmal angucken. Weil es ist heute so die einzige Möglichkeit, die Lottozahlen zu sehen. Die in der ARD fällt aus. Aber das ist was anderes. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Samstagabend. Und natürlich einen guten Rutsch in die Sommerzeit. Nicht zu vergessen, heute Nacht werden die Uhren hier wieder umgestellt. Von 2 auf 3 Uhr. Also ein Stündchen nach vorn. Und wenn Sie das alle brav machen, dann verpassen Sie auch am Mittwoch die Ziehung nicht. Mit Miriam, nämlich 18.25 Uhr. Da geht es weiter. Ein neues Glück, vielleicht mit einem größeren Jackpot. Wir gucken mal Ihnen allen jetzt, wie gesagt, einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Perfekt, vielen Dank. Und bitte, vielen Dank. Und bitte, vielen Dank.